So meine Freunde, jetzt geht es doch endlich mal um das Thema Soja. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nico Rittenau und im heutigen Video sprechen wir über das Thema der Sojakontroverse. Man hört und liest in den sozialen Medien ja sehr viel widersprüchliche Informationen zum Thema Soja und so ist es auch nachvollziehbar, dass viele Menschen in dieser Thematik verunsichert sind. In diesem zweiteiligen Video besprechen wir anhand des Videos von Coach Cecil mit dem Titel Soja ungesund, 10 Gründe gegen Soja slash Tofu, pures Gift, welche Falschaussagen zu Soja bestehen und welche Fehler in der Interpretation der Daten diese überhaupt ermöglichen konnten. Bevor wir mit dem Video starten, noch eine wichtige Anmerkung vorab. Wie bei allen Reaktionsvideos geht es auch in diesem Video nicht darum, die Person, die die Informationen verbreitet, in diesem Fall Coach Cecil, zu diskreditieren, sondern es geht ganz einfach darüber, die Allgemeinheit zu einem Thema zu informieren. Das heißt, es ist kein Video gegen ihn, sondern lediglich über seine Inhalte. Und er ist dabei auch nicht die einzige Person, die falsche Informationen zum Thema Soja verbreitet. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe an Blogs und an Büchern, die zu diesem Thema auch falsche Stellungen beziehen. Aber ehrlicherweise ist sein Video eines der am dicht gespicktesten mit falschen Informationen und von daher ist es eine gute Vorlage, um hier die einzelnen Falschaussagen durchzugehen. Aber, wie gesagt, bei weitem nicht das Einzige. Es gibt zum Beispiel von Kyla Daniel ein ganzes Buch zum Thema Soja. Das heißt, Soja, die ganze Wahrheit, habe ich natürlich gelesen. Ansonsten, Ulrich Neumeister in Veggie-Wahn hat ein Kapitel zu Soja. Udo Pollmer bei Don't Go Veggie schreibt auch darüber. Und sie alle letztendlich schreiben auch dieselben Falschinformationen voneinander ab, zum Teil. Und in dem Video geht es darum, das Ganze zu korrigieren. Wenn man mehr dazu nachlesen möchte, in meinem Buch Vegan-Klischee, die gibt es auch ein ganzes Kapitel zum Thema Soja. Da haben wir sowohl die Ergebnisse aus meiner Bachelor-Thesis als auch viele weitere Informationen evidenzbasiert aufgearbeitet. Ich kam erstmals mit dem Thema Soja im Rahmen meiner Bachelor-Thesis im Jahr 2016 in Kontakt, weil ich dort über das Thema der sogenannten Soja-Isoflavone in Bezug auf die Entstehung von Brustkrebs geschrieben habe. Die Kerninformationen daraus sind dann zusammen mit vielen weiteren 2018 in meinem Buch Vegan-Klischee-ID im Rahmen des Soja-Kapitels gelandet. Bevor wir in das Video starten, noch eine letzte Anmerkung vorab. Ich habe keinen Interessenskonflikt in Bezug auf Soja. Das heißt, weder zum aktuellen Zeitpunkt noch während der Entstehung von Vegan-Klischee-ID noch während meiner Bachelor-Thesis stand ich in finanziellen Verbindungen zu Soja-verarbeiteten Konzernen. Das heißt, es gab keine Einflüsse von irgendwelchen Dritten auf die Ergebnisse meiner Bachelor-Thesis oder der Informationen im Buch. Das ist, denke ich, wichtig vorab zu sagen. Wie bei allen Ernährungsthemen geht es mir lediglich darum, Informationen so zu vermitteln, dass man fundierte und informierte Entscheidungen treffen kann. Seither habe ich auch auf vielen Fachkongressen wie dem VDD-Kongress oder der Wetsch mit über das Thema Soja gesprochen. Das heißt, ich denke, ihr habt da durchaus eine Expertise in dem Feld, auch durch die Vorarbeit der Bachelor-Thesis und freue mich, die jetzt im nachfolgenden Video mit euch teilen zu können. Punkt Nummer 1. Ja, die gute alte Phytinsäure. Die ist leider auch in der Sojabohne echt hoch konzentriert, also mehr als in anderen Hülsenfrüchten zum Beispiel und sorgt halt dafür, dass andere wichtige Nährstoffe nicht aufgenommen werden können. Was Cecil hier sagt, entspricht nicht dem Wissenschaftlichen Konsens. Man sieht es bei einigen seiner Aussagen. Er nimmt gewisse Punkte, die durchaus korrekt sind, vermengt sie aber mit einer Reihe an Falschinformationen und, noch wichtiger, lässt einige bedeutende Informationen aus, sodass am Ende des Tages ein Bild von den jeweiligen Sachverhalten entsteht, das nicht mehr den Tatsachen entspricht. Richtig ist, dass die Phytinsäure als antinutritiver Nährstoff in der Vergangenheit in die Kritik geriet, weil Untersuchungen zeigten, dass sie dazu in der Lage ist, unlösliche Komplexe mit Mineralstoffen wie Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium zu bilden und dadurch die Verfügbarkeit dieser Mineralien für den Organismus eingeschränkt werden kann. Allerdings lässt Cecil unerwähnt, dass der Körper über einen längeren Zeitraum hinweg Adaptionsmechanismen entwickeln kann und somit kompensatorisch für die bindende Fähigkeit der Phytinsäure eingreifen kann. Außerdem lässt er die positiven Effekte der Phytinsäure unerwähnt und zeichnet so am Ende des Tages ein falsches Bild von dem Sachverhalt. Bei längerfristigem, höheren Verzehr von Lebensmitteln mit einem relevanten Phytinsäuregehalt kann nämlich der Körper bis zu einem gewissen Grad eine kompensatorische Anpassung stattfinden lassen, die durch eine Veränderung in der Zusammensetzung des Mikrobioms erklärt werden könnte, die wiederum den Abbau von Phytinsäure durch Bakterien im Verdauungstrakt begünstigt. Darüber hinaus kann die Phytinsäurekonstellation von Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten wie der Sojabohne, wenn es denn gewünscht wird, ganz einfach durch zwölfstündiges Einweichen über Nacht und anschließendes Kochen der Hülsenfrüchte um etwa die Hälfte reduziert werden. In Bezug auf den Phytinsäuregehalt von Getreide sehen wir bei der Brotherstellung mit Sauerteig beispielsweise findet eine Reduktion der Phytinsäure um bis zu 70% statt. Wenn man den Phytinsäuregehalt in der Sojabohne noch weiter reduzieren möchte, kann man sie, bevor man sie erhitzt, auch noch ankeimen lassen. Auch das würde den Phytinsäuregehalt noch weiter reduzieren. Der letztendlich wichtige Punkt, den wir aber noch ansprechen müssen, ist, müssen wir denn überhaupt eine Phytinsäurereduktion anstreben oder überwiegen vielleicht sogar die Vorteile der Phytinsäure gegenüber den Nachteilen und wie relevant ist denn wirklich diese mineralstoffbindende Eigenschaft im Alltag. Denn obwohl die Phytinsäure auf der einen Seite die Absorption von Mineralstoffen etwas mindern kann, zeigt sie auf der anderen Seite blutzuckerregulierende, antioxidative und krebspräventive Eigenschaften. Die positiven Effekte der Phytinsäure könnten vor allem in westlichen Ländern mit hohen Raten an Typ 2 Diabetes, gewissen Krebserkrankungen und weiteren durchaus die negativen Effekte überwiegen, denn die Mineralstoffversorgung, wenn man sich vollwertig ernährt, ist ja in westlichen Ländern insgesamt gut und dann fallen auch diese Effekte nicht so schwer ins Gewicht. Die positiven Effekte der Phytinsäure fassen Autoren in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung wie folgt zusammen. Aufgrund der enormen gesundheitlichen Probleme durch Zivilisationskrankheiten ist jeder Beitrag zur Prävention dieser Krankheiten von höchster Bedeutung. Wenn sich die gesundheitlich vorteilhaften Eigenschaften der Phytinsäure bewahrheiten sollten, ist diese nicht mehr als Antinährstoff zu betrachten. Manche Autoren gehen sogar so weit vorzuschlagen, dass Phytinsäure aufgrund ihrer präventiven Wirkung auf eine Vielzahl chronischer Erkrankungen als essentieller Nährstoff oder sogar als Vitaminen klassifiziert werden sollte. Welche Bezeichnung man zukünftig auch für die Phytinsäure finden wird? Die Kernbotschaft lautet, die Sorge, die wir aus früheren Tier- und Zellkulturexperimenten vor der Phytinsäure entwickelt haben, ist unbegründet und die Humandaten zeigen einige potenziell positive Wirkungen auf die langfristige Erhaltung der Gesundheit. Insgesamt müssen wir in Ernährungswissenschaft verstehen, dass ein Stoff nicht nur gut oder schlecht wirkt, sondern seine Wirkung in Abhängigkeit der Dosis stattfindet. Und die physiologischen Mengen an Phytinsäure, die wir im Rahmen einer vollwertigen, ausgewogenen Ernährung zu uns nehmen, wirken aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich positiver als ihre negativen Effekte. Vor allem die negativen Effekte der mineralstoffaufnahmehindernden Wirkung, die wir bei der Phytinsäure erleben, die können wir kompensieren, indem wir aufnahmefördernde Stoffe gleichzeitig zu unseren Speisen mit aufnehmen und dann können wir die Vorteile der Phytinsäure ohne ihren Nachteil erleben. Zum Thema der optimalen Absorption von Mineralstoffen wie Eisen, Zink und Calcium habe ich auf YouTube bereits ausführliche Videos gemacht, die man sich bei Interesse sehr gerne ansehen kann. Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, Punkt 1, die Phytinsäure ist kein Grund gegen den Verzehr von Soja. Aber Coach Sessi spricht ja auch noch die Lektine an und wir gucken uns an, was es mit denen auf sich hat. Und Lektine können zu einer Resistenz des Leptins führen. Lektine können auch sehr gut durch den Darm, in den Blutkreislauf und die Organe angreifen. Insgesamt kann man nicht verallgemeinern von den Lektinen sprechen, denn einige von ihnen haben tatsächlich das Potenzial, negativ zu wirken, während andere wiederum ungefährlich oder potenziell sogar gesundheitlich vorteilhaft sein können, wie wir an späterer Stelle noch zeigen. Da in rohen Hülsenfrüchten wie der Sojabohne tatsächlich sehr hohe Konstellationen an gewissen schädlichen Lektinen enthalten sind, sollten die in ihrer rohen Form nicht verzehrt werden. Rohe Sojabohnen sind aber rein kulinarisch ohnehin ungenießbar und niemand würde rohe Sojabohnen essen. Die Kernfrage lautet, und das wird im Video von Sessi ganz einfach unterschlagen, wie hoch ist denn die Konstellation an Lektinen in der gekochten Sojabohne? Und wenn tatsächlich die Sojabohne so schädlich wäre oder Lektine in Hülsenfrüchten allgemein so schädlich wären, warum empfiehlt dann jede Ernährungsfachgesellschaft rund um den Globus einen regelmäßigen Verzehr von diesen Hülsenfrüchten? Wir sehen, Veröffentlichungen zeigen, Lektine in Hülsenfrüchten sind nicht hitzebeständig und werden durch das Kochen zur Gänze deaktiviert, noch bevor die Hülsenfrüchte überhaupt komplett gar sind. Eine im Jahr 1992 veröffentlichte Übersicht von insgesamt zehn Untersuchungen aus den Jahren 1981 bis 1990 belegen dies erstmals umfassend. Wenn die Hülsenfrüchte über Nacht eingeweicht werden, sind sogar für größere Hülsenfrüchte wie Kidneybohnen bereits 15 Minuten Kochzeit ausreichend, um sämtliche Lektine zu deaktivieren. Im Alltag verwenden wir ohnehin längere Kochzeiten, denn nach 15 Minuten sind vielleicht die Lektine abgebaut, aber die Hülsenfrucht ist noch gar nicht gar. Das heißt, wenn sie für uns wirklich verzehrfertig ist, dann sind sämtliche Lektine, die uns schaden könnten, komplett abgebaut. Auch Hülsenfrüchte aus der Dose wiesen in einer Untersuchung keine Lektinaktivität mehr auf. Und selbst wenn in gewissen Hülsenfrüchten nach der Zubereitung nicht der gesamte Lektingehalt beseitigt wäre, gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand auch keine Basis zur Annahme, dass sehr geringe Restmengen ein Risiko darstellen würden. Wie so oft ist es die Dosis, die das Gift macht. Ebenso wie bei den Studien mit den später erwähnten Trypsin-Inhibitoren aus rohen Hülsenfrüchten konnten auch die negativen Effekte der Lektine in Tierversuchen nicht mehr beobachtet werden, wenn die Hülsenfrüchte sachgemäß zubereitet wurden. Wie auch bei der Phytinsäure wandelt es sich bei den Lektinen, zumindest bei einigen von ihnen, in den letzten Jahren das Bild vom rein antinutritiven Nährstoff hin zu einem sekundären Pflanzenstoff, der zum Teil auch positive Effekte aufweisen kann. Wie gesagt, Lektine sind eine sehr heterogene Gruppe an Stoffen und man muss hier ganz einfach mehr differenzieren. Nachdem es bereits 1975 Veröffentlichungen in führenden Wissenschaftlichen Journalen gab, in denen eine präventive und therapeutische Wirkung von Lektinen bei kanzerogenen Erkrankungen diskutiert wurde, erschienen vor allem in den letzten Jahren mehr und mehr Arbeiten über die potenziellen Einsatzgebiete von Lektinen in der Krebstherapie. Somit kann auch in Bezug auf die Lektine gesagt werden, dass sie kein Gegenargument gegen den Sojeverzehr darstellen können, denn wenn wir die Sojabohne kochen, und das werden wir automatisch tun, sind die schon lange abgebaut, bevor wir die Sojabohne verzehren können. Punkt Nummer 2. Oxalate. Oxalate behindern die Calciumaufnahme aus der Nahrung und dann kann es zu Nierensteinbildung oder zu Osteoporose führen. Auch bei diesem zweiten Punkt nimmt Cecil eine grundsätzlich wahre Kernaussage, aber reißt es erneut aus dem Kontext, sodass ein völlig falsches Bild auf den Sachverhalt entsteht. Ja, es ist korrekt, dass ein höherer Gehalt an Oxalsäure das Risiko für Nierensteine erhöhen kann. Was wiederum nicht korrekt ist, ist die Annahme, dass Sojaprodukte wirklich hohe Mengen an Oxalsäure enthalten würden. Der Gehalt an Oxalsäure in Sojaprodukten beträgt je nach Sojaprodukt zwischen 2 und 200 Milligramm Oxalsäure pro 100 Gramm. Man sieht hier also schon sehr große Schwankungen. Wirklich Oxalsäurehaltige Lebensmittel wie Spinat enthalten allerdings pro 100 Gramm bis zu 1000 Milligramm Oxalsäure. Vor allem Sojaprodukte wie Tofu und Sojamilch sind besonders arm an Oxalsäure und werden daher sogar als vorteilhaft für Personen mit einem erhöhten Risiko für Nierensteine angesehen. Beim Kochen reduziert sich darüber hinaus der Gehalt an Oxalsäure um bis zu 30 bis 80 Prozent. Und auch beim Dämpfen wird die Oxalsäure zwischen 5 und 50 Prozent reduziert. Das heißt erneut, man muss mehr differenzieren, welche Sojaprodukte werden besprochen, wie hoch ist der Gehalt tatsächlich im zubereiteten Produkt und insgesamt sehen wir, dass Oxalsäure kein Argument gegen den Sojeverzehr sein kann. Punkt Nummer 3. Enzymhemmer, Protease- und Trypsin-Inhibitoren. Was ist das jetzt? Wie es der Name schon sagt, hemmt es das Enzym Proteasen und Trypsin, was natürlich für die Eiweißverdauung da ist. Also wir können dann praktisch die Eiweiße nicht gut verdauen. Auch bei den Protease-Inhibitoren wird ein wichtiger Fakt unterschlagen, der das Bild auf den gesamten Sachverhalt ändern würde. Es ist korrekt, dass Protease-Inhibitoren die Aktivität von proteinspaltenden Enzymen im menschlichen Organismus hemmen können und so die Verdauung von Nahrungsprotein beeinträchtigen. Cecil zählt in seinem Video die Protease-Inhibitoren und die Trypsin-Inhibitoren separat auf, so wie er es beim ersten Beispiel bei Phytinsäure und Lektine gemacht hat, die tatsächlich zwei unterschiedliche Gruppen sind. Bei den Protease-Inhibitoren und Trypsin-Inhibitoren ist es allerdings so, dass die Protease-Inhibitoren die Überkategorie sind und Trypsin-Inhibitoren lediglich eine Gruppe davon, ein Teil davon. Und das heißt, wenn wir jetzt zukünftig über Protease-Inhibitoren sprechen, dann sind die Trypsin-Inhibitoren Teil von denen. In meinem Buch Vegan-Klischöde habe ich im Hülsenfrucht-Kapitel ein Unterkapitel zum Thema der sogenannten antinutritiven Nährstoffe, in dem ich im Detail über die zuvor schon besprochene Phytinsäure, die Lektine und auch über die Protease-Inhibitoren schreibe. Darin zeige ich unter anderem eine Veröffentlichung, die schon im Jahr 1992 ganze 21 Untersuchungen zusammenfasste, die zeigen konnten, dass mit normalen Küchenzubereitungstechniken wie dem Einweichen und Kochen zwischen 90 bis 100 Prozent der Trypsin-Inhibitoren ohnehin deaktiviert werden. Neuere Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse und so wurde 2017 in einer Veröffentlichung ebenfalls festgestellt, dass bei Hülsenfrüchten wie Linsen, Sojabohnen, Mungbohnen durch reguläre im Haushalt übliche Zubereitungsmethoden die Protease-Inhibitoren-Aktivität komplett deaktiviert werden konnte. Vorgegarte Hülsenfrüchte aus Dosen wiesen ebenfalls keine Protease-Inhibitoren-Tätigkeit mehr auf. Selbst in Tierexperimenten, auf die sich Sojakritiker ja oft stützen, konnten die negativen Effekte auf das Wachstum der Versuchstiere durch das ausreichende Erhitzen der rohen Hülsenfrüchte vermieden werden. Das heißt, auch bei den Protease-Inhibitoren gilt das Prinzip, die Dosis macht das Gift. Ja, in hohen Mengen können Protease-Inhibitoren schaden, das zeigen Zellkultur und auch einige Tierexperimente, aber in den physiologischen geringen Mengen, in denen sie vielleicht noch in der menschlichen Ernährung drin sind, sie werden wie gesagt im meisten Fällen ohnehin komplett durchs Kochen abgebaut, aber manche Küchenzubereitungstechniken würden ein paar Prozent noch übrig lassen, in diesen Mengen sind sie nicht nur nicht schädlich, sondern wie neuere Untersuchungen zeigen, potenziell sogar positiv. Wie Dr. Dr. Bernhard Watzl und Dr. Klaus Leitzmann in ihrem Buch Bioaktive Substanzen in Lebensmittel vorschlagen, sollte bei diesen Substanzen zukünftig überhaupt nicht mehr von antinutrativen Nährstoffen gesprochen werden, sondern besser schlicht von sekundären Pflanzenstoffen. Entgegen der ursprünglichen Sorge vor Protease-Inhibitoren zeigen neuere Untersuchungen nämlich eine potenziell positive Wirkung von unterschiedlichen Protease-Inhibitoren in der Prävention von gewissen kanzerogenen Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dieses Forschungsfeld steht sicherlich noch am Anfang und es ist noch zu früh zu sagen, dass Protease-Inhibitoren auf jeden Fall positiv wirken, aber zum aktuellen Zeitpunkt kann man mit großer Sicherheit sagen, dass die geringen Mengen an Protease-Inhibitoren, wenn sie denn überhaupt noch im Lebensmittel vorkommen, ungefährlich sind und damit Protease-Inhibitoren, wie zum Beispiel die Tropzin-Inhibitoren, keine wirklich valide Grundlage für die Sojakritik darstellen können. Punkt Nummer 4. Goitrogene sorgen dafür, dass die Jodaufnahme in der Schilddrüse gestört ist. Bis wenn ich weniger Jod aufnehmen kann, produziere ich natürlich auch weniger Schilddrüsehormone. Dann versucht die Schilddrüse irgendwie zu kompensieren und wird natürlich größer. Auch hier bedient sich Cecil ehrlich gesagt Halbwahrheiten und versucht den Sachverhalt, der deutlich komplexer ist, zu sehr zu simplifizieren. Zum Thema Soja und die Einflüsse auf die Schilddrüse habe ich erneut in Vegan-Glischadee ein ganzes Unterkapitel geschrieben und da spreche ich im Detail über die sogenannte Goitrogene oder stromhygene Wirkung von Soja. In Vegan-Glischadee spreche ich unter anderem auch über die Aussagen von Ulrich Neumeister in Veggie-Wahn, der auch über die Goitrogene Wirkung schreibt. Und im Buch sagt er, Auch die Schilddrüse wird durch Soja in Mitleidenschaft gezogen. Schuld daran sind die beiden Phytoöstrogene Genestein und Daizein in der Sojabohne, welche schon in geringen Mengen die Synthese der Schilddrüsenhormone beeinträchtigen. Diese Aussage steht dabei, genauso wie die Aussage von Coach Cecil, in auffälligem Kontrast zu der wissenschaftlichen Datenlage, zum Konsens und zu den Positionspapieren führender Fachgesellschaften. Die British Dietetic Association schreibt in ihrem Positionspapier zum Thema Soja beispielsweise in 2014. Die aktuellste Übersichtsarbeit von 14 Studien hat bestätigt, dass der Sojakonsum keine gefährlichen Auswirkungen auf die Schilddrüse von gesunden Menschen hat. Auch die Academy of Nutrition and Dietetics schreibt zu dieser Thematik, Obwohl Lebensmittel wie Sojabohnen, aber auch Kreuzblütlergemüse, dazu zählen Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl und weitere, und Süßkartoffeln, goitrogene Substanzen enthalten, haben diese bei gesunden Personen bei ausreichender Jodversorgung keine negativen Effekte auf die Schilddrüse. Die Sorge um negative Auswirkungen von Soja auf die Schilddrüse stammt erneut aus frühen Zellkulturstudien und aus Tierversuchen mit Ratten und nicht aus Untersuchungen am Menschen im Rahmen einer ausgewogenen, jodbedarfsdeckenden Ernährung. So gilt es also nicht, unbedingt die goitrogenen beziehungsweise stromhygienen Substanzen zu vermeiden, denn die stecken in vielen sehr gesunden Lebensmitteln wie den Kreuzblütler, Sojaprodukt und weiteren, sondern es gilt ganz einfach, seinen Nährstoffbedarf in Bezug auf Jod und weitere Nährstoffe sicherzustellen, denn dann kann man in den Genuss der positiven Effekte von Soja und Kohlgemüse und weiteren kommen, ohne die potenziell abträgliche Wirkung, die nur bei einem Jodmangel auftreten kann. Man darf nicht vergessen, Jod ist nicht der einzige Nährstoff, der wichtig für die Gesundheit der Schilddrüse ist. Eine ganze Reihe an Nährstoffen wie die Aminosäure Tyrosin, Mineralstoffe wie Selen, Zink, Kupfer und Eisen sowie eine Reihe an Vitaminen wie Vitamin B2, B3, B6, Vitamin C und Vitamin E sind für die Gesundheit der Schilddrüse von großer Bedeutung. Da in einer veganen Ernährungsweise, die ja überwiegend auf vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln beruht, deutlich größere Mengen an geutrogenen beziehungsweise stromhygienen Substanzen über Soja, Kohlgewächse und weitere Lebensmittel zugeführt werden, müsste man ja, wenn die Hypothese von Cecil stimmt, mehr Schilddrüsenerkrankungen in Populationen, die sich vegan ernähren, erleben und geringere Mengen und Auftrittsraten an diesen Schilddrüsenerkrankungen in der Mischköstlinbevölkerung. Wir sehen aber, das Gegenteil ist der Fall. Eine Vergleiche und Untersuchung. Die Daten aus der sogenannten Adventist Health Star, die 2 bezog, zeigte, dass das Risiko für die Entstehung einer Schilddrüsenunterfunktion in der Gruppe der Veganer nicht höher als bei den Mischköstlern war und im Gegenteil sogar eine, allerdings nicht signifikante, geringere Auftrittsrate bei den Veganern im Vergleich zu den Mischköstlern gezeigt wurde. In Bezug auf Schilddrüsenüberfunktionen war das Risiko der Veganer im Vergleich zu Mischköstlern in einer anderen Untersuchung ebenfalls geringer. Zusammenfassend lasst sie also sagen, dass auch die potenziell geutrogene Wirkung von Soja kein valides Argument gegen den Sojeverzehr ist, denn diese geutrogene Wirkung hat einfach keinen Einfluss auf die Schilddrüsenfunktion und auf die Schilddrüsengesundheit von Menschen, die sich insgesamt benarfsdeckend ernähren. Punkt Nummer 5. Isoflavone. Soja enthält Phytoöstrogene, also pflanzliches Östrogen. Das ist nicht so geil, weil so ein Ungleichgewicht zwischen Östrogen und Testosteron und so kann bei Frauen auf jeden Fall zu Unfruchtbarkeit führen, erhöhtes Brustkrebsrisiko und natürlich Ausbleiben der Regel und so. Also bei Männern geht der Testosteronspiegel natürlich runter. Auch das hier ist nicht korrekt. Ich habe im Rahmen meiner Bachelor-Thesis über die Wirkung von Soja-Isoflavone geschrieben und hatte daher die Gelegenheit, mich im Detail mit dieser doch recht komplexen Thematik auseinandersetzen zu können. Und ja, es ist korrekt, dass Soja-östrogenähnliche Stoffe namens Isoflavone aus der Gruppe der sogenannten Phytoöstrogen enthält. Allerdings ist deren Wirkung zwischen 100- bis 10.000-fach geringer als die von körpereigenem Östrogen. Zu Beginn insgesamt lässt sich mal festhalten, dass sämtliche Ernährung-, Krebs-, Gesundheits- und Risikogesellschaften rund um den Globus den Verzehr von Soja empfehlen. Und damit steht Coach Cecils Aussage im krassen Gegensatz zum gesamten weltweiten wissenschaftlichen Konsens. Ich habe einen Teil der Positionspapiere unterschiedlicher Fachgesellschaften erneut im Sojakapitel meines Buß-Vegan-Klischädees zusammengefasst und dort kann man unter anderem Folgendes nachlesen. Die British Dirtatic Association schreibt beispielsweise, Es ist belegt, dass Sojaprodukte von allen Personen innerhalb der Bevölkerung ebenso wie von Männern und Frauen mit Brustkrebs konsumiert werden können. Es gibt mittlerweile einen wissenschaftlichen Konsens, dass die Kontroverse rund um potenziell negative Effekte von Isoflavonen bei Menschen lediglich durch Zellstudien und Tierexperimente mit isolierten Isoflavonen in hohen Dosen zustande kamen. Auch die American Academy of Pediatrics schreibt, Obwohl zahlreiche Wissenschaftler unterschiedliche Spezies untersucht haben, gibt es keine überzeugenden Beweise aus Tierversuchungen oder aus Humanstudien mit Kindern und Erwachsenen, dass Isoflavone aus Sojaprodukten negative Effekte auf die menschliche Entwicklung, die Reproduktionsfähigkeit oder das Hormonsystem haben. Das American Institute for Cancer Research schreibt darüber hinaus, Da Soja Östrogen ähnliche Substanzen enthält, führte dies in der Vergangenheit zu der Befürchtung, dass Soja das Risiko für hormonabhängige Krebserkrankungen erhöhen könnte. Die Beweislage zeigt aber, dass dies nicht der Fall ist. Sojakonsum führt nicht zu einer Erhöhung des Östrogenspiegels im Menschen. Brustkrebspatientinnen müssen keine Befürchtung mehr beim Konsum moderater Mengen an Soja haben. Und auch das Bundesinstitut für Risikobewertung gibt Entwarnungen und schreibt, Die Teilnehmer des Expertentreffens waren sich einig, dass die Aufnahme von Isoflavonen im Rahmen einer normalen Sojakost bei üblichen Verzehrsmengen nach dem gegenwärtigen Wissenschaftlichen-Kennnisstand als unbedenklich angesehen werden kann. Die Humandaten sprechen also eine deutliche Sprache und zeigen das Gegenteil von dem, was Cecil sagt. 2010 erschien unter dem Titel Is Soy Consumption Good or Bad for the Breast? eine umfangreiche Zusammenfassung all der relevanten Literatur zu dieser Thematik. Darin stellten die Autoren fest, dass die Gesamtheit der verfügbaren Daten zeigt, dass Frauen bei lebenslangem, moderatem Sojeverzehr sogar ein verringertes Brustkrebsrisiko gegenüber jenen Frauen haben, die Soja nicht regelmäßig oder nur in sehr geringen Mengen konsumieren. Wie die Wissenschaftler in der Untersuchung betonen, hat vor allem der frühzeitige Sojeverzehr innerhalb des ersten Lebensjahrzehnts einen entscheidenden Einfluss auf das Brustkrebsrisiko in den darauffolgenden Jahrzehnten, weshalb zum Beispiel asiatische Frauen im Durchschnitt mehr vom Sojeverzehr im Vergleich zu europäischen Frauen profitieren, da sie bereits von Kindestagen an in vielen Fällen Sojaprodukte in moderater Menge regelmäßig konsumieren. Auch in Bezug auf den Testosteronspiegel, den Cecil anspricht, zeigen die Daten das genaue Gegenteil. Die Summe der relevanten Daten zu dieser Thematik stellten Wissenschaftler im Jahr 2010 in einer Meta-Analyse dar und sie konnten anhand von insgesamt 15 placebo-kontrollierten Experimenten sowie 32 weiteren Reports zeigen, dass sich kein signifikanter negativer Effekt von Soja oder isolierten Soja-Isoflavonen auf den Testosteronspiegel und andere Parameter der Fruchtbarkeit feststellen ließ. In Bezug auf die Auswirkung von Isoflavonen auf die Spermienqualität geben Studien ebenfalls Entwarnung. In einer Untersuchung haben Probanden über zwei Monate hinweg Isoflavonsupplemente in der Höhe des durchschnittlichen japanischen Soja-Verzehrs erhalten, der ja weltweit einer der höchsten ist, und weder das Samenvolumen noch die Beweglichkeit der Spermien und andere Parameter für die Fruchtbarkeit haben sich dadurch verschlechtert. Die zweite Untersuchung testete in einer randomisierten Studie die Auswirkung sowohl von stark Isoflavonhaltigen als auch von schwach Isoflavonhaltigen Sojaproteinisolaten. Sowohl die hohe als auch die niedrige Konzentration an den Isoflavonen hatte dabei in der Studie im Vergleich zu der Kontrollgruppe ganz ohne Isoflavone keine negative Auswirkung auf die Samenqualität all der Probanden. Das war's für dieses erste Video mit den ersten fünf Gründen aus Coach Sessis Video, warum Soja angeblich gesundheitlich abträglich wirkt. Ich denke, ein Blick auf die wissenschaftliche Datenlage zeigte schon jetzt, dass die einer kritischen Betrachtung nicht standhalten. Wir gucken uns aber dennoch im nächsten Video auch die anderen fünf an. Wenn man mehr zum Thema Soja oder der veganen Ernährung insgesamt lesen möchte, dann kann man das sehr gerne in meinem Buch Vegan Klischee D und im dazugehörigen Vegan Klischee D Kochbuch mit Sebastian Kopin machen. Außerdem erscheint wie immer jeden Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo hier auf meinem Kanal. Von daher sehr gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.